Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11069 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es gehört zu den Aufgaben einer Krankenschwester, Patienten zu beobachten und zu pflegen. Es gehört zu den Aufgaben einer Krankenschwester, Patienten zu beobachten und zu pflegen. In der Forschung lernen wir etwas über Dinosaurier und andere interessante Tiere aus der Vergangenheit. In der Forschung lernen wir etwas über Dinosaurier und andere interessante Tiere aus der Vergangenheit. In der Forschung lernen wir etwas über Dinosaurier und andere interessante Tiere aus der Vergangenheit. Wer ist hier dein bester Freund oder deine beste Freundin? Wer ist hier dein bester Freund oder deine beste Freundin? Wie findest du diesen Kinderwagen? Ich finde ihn sehr praktisch. Wie findest du diesen Kinderwagen? Ich finde ihn sehr praktisch. Wie findest du diesen Kinderwagen? Ich finde ihn sehr praktisch. Manchmal müssen wir im Büro neue Strategien experimentell ausprobieren, um unseren Ansatz zu optimieren. Manchmal müssen wir im Büro neue Strategien experimentell ausprobieren, um unseren Ansatz zu optimieren. Ein Grafiker ist ein kreativer Fachmann im Bereich der Gestaltung visueller Kommunikation. Ein Grafiker ist ein kreativer Fachmann im Bereich der Gestaltung visueller Kommunikation. Ein Grafiker ist ein kreativer Fachmann im Bereich der Gestaltung visueller Kommunikation. Darf es sonst noch etwas sein? Unsere Küche hat bis 23 Uhr geöffnet. Darf es sonst noch etwas sein? Unsere Küche hat bis 23 Uhr geöffnet. Darf es sonst noch etwas sein? Unsere Küche hat bis 23 Uhr geöffnet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like!